Schmeiß es weg, wenn du es noch packst. Ja, schmeiß es weg. Ich habe mir ein Hunting Knife gemacht. Gut, dann. Der müsste jetzt praktisch auf der Seite vom Hügel sein, der Hund. Sag mal, geht es da zu fahren? Nein. Okay. Da liegt noch ein Zombie, den ich vorhin noch geschafft habe. Mhm. Irgendwo da müsste jetzt der Hund sein. Okay, dann. So, wir können da noch rechts oder da weiter. Ich nehme mal die zwei Nester. Wir brauchen ja Federn. Ich traue mir einen Moment gar nicht nach Nester suchen. Okay. Das da ist, glaube ich, jetzt die Farm. Das, was man da sieht. Nein, das ist der Rand vom Dorf. Ich habe keine Ahnung, wo du bist. Nein, du schleifst nur durch die Gegend und daher. Da am Weg her vorne. Okay, hinter mir der Hund. Gut. Ich bin Richtung Nordosten. Super. Schön. Und du? Ja, ich laufe danach. Achso. So in Mochen. Ich sehe aber keinen Hund hinter dir. Der war am Hügel. Achso. Ja, das ist ja der. Okay. Ich dachte, er hängt dir schon an der Stopptafel. Da war ich gerade dabei. So. So. Hinter uns kommt er auch schon an. Hast du Fleisch drinnen? Ja. Ja. Nicht Fleisch, aber das rotte Fleisch. Da spüren wir es dir. Ja, ich lege es ins Auto. Mhm. Ja. Nicht. Und dran. Ach, ich habe einmal aufstehen. Wo ist er? Wo ist denn jetzt wieder einer? Ich muss mich mal heilen. Ich habe ein paar Mal heilen. Das Haus hatten wir da schon, gell? Na, wir waren da heroben, Manni. Sicher? Jo. Oh, jetzt schmeiß ich das raus, sag ich mir, was ist denn heute los? Ich hab ständig die falschen Tasten. Ja, eigentlich sind wir weit über der Zeit, weil es ist ja schon Nachmittag. Wir teilen das dann einfach. Ja. Ich werde verfolgt übrigens. Ja, ich sehe es. So, da kommt der nächste links von dir. Oder die nächste, besser. Oder der. Oh, scheiße, danke. So, vierte Laser habe ich ja an, genug zu machen. So, ich brauche da hin und irgendwelche Pantagen an den linken zu. Okay. Ich will mal vier zu kleben. Hier war nicht mehr. Ach, was ist denn heute los? Ich bring dir gleich welche. Nein, nein. Ich suche mal schon was. Bleibst du liegen? Nein, nein. Wieder frische Taster. So. Ich bringe da. Es ist ein Spitzhölke. So, das war. So, der kriegt schon. So, wir machen schon die Eisenplatten da weg. Ja. Das integriert gerne ein Lager. Und, war was drunter? Na, leider noch was. Na? Da war's. Na bitte, eine Waffe. Hm. Hm. Zerlegen. So, was hab ich da? Nichts von daeres Essen sollte ich was neu. Die Körze war wichtig, dass ich sie mitgenommen hab. Zerlegen. Dann, tun wir die da raus. Die können wir zusammenstecken. So, ich bin eigentlich schon wieder voll. Ja, ich auch ziemlich. Dabei hätte ich noch gerne Autos zerlegt. Ich hab jetzt so viel so ein Einzelzeug an Spiritus, auch Sandwich, auch ein Blaubekuchen. Ah, Sandwich und so hab ich auch. Ja, passt am Lingen zusammen. So. Ich hab' den Kühlschrank, oder wohin? Ja. Hättelbeersamen, Klebeband, Klebe, Papier, Eier. Eier hab' ich, Federn hab' ich. Fett, Tierhäute. Nein, hab' ich nicht. Nein. Nein. Nee. Nee. Leere Gläser. Holz. Heidelbeersamen. Holz hab' ich ja. Hm. So. Ein paar mal wieder frei. Zwei Sachen mal wieder reinklicken. Alles klar. Wenn du mir was rübergeben willst, dann... Nein, ich hab' ein paar... Ein paar hab' ich noch frei. Ah, okay. Gut. Mhm. Alles ausgeräumt. Das ist ja eine bescheidene Hütte. Ah, da kommt man in... Hm? Aber jetzt gar nicht in den Nationalpark. Gucken wir jetzt. Okay. Hm. Nix drin. Na schau, und da vorne sind schon die Berge. Okay. Ja, das was ja jetzt auch richtige Berge sind. Das war ja auch... Abzweigungen... Ah, da ist eine Hütte. Ja. Einer der Releaserabde. Jetzt sind wir drinnen. Ich schau' noch wirklich. Mhm. Kein Vergleich mit dem Dunkeln. Ja. Ja. Ich bin richtig. Die White Lines. Ja, ja. Komm. Okay, und Zombies. Weil du krabbelst. Bitte? Zombies in der Nähe, weil du krabbelst. Ja. Die Bewohner. Und du stehst ihn ganz schön auf. was für den? Ja. Und du? Ja. Ich bin richtig. Ah, da kommen ja auch welche. Da kommt jede Menge Rett noch nach. Ah, Zappelphilipp. Okay, dann nimm du den, dann nimm ich den. Dann nimm ich den. Alles. Okay, ich schieße. Wo? Ah, links von uns. Ah, ich komme schon wieder nicht weg. 26. Okay. Hallo, ich dachte, ich habe den Zappel. Das ist jetzt weiter. Ah. Da kommt ja nur noch. Oh, komm. Oh, komm. Okay. 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 So? Bei dir muss ich aufpassen, dass ich nicht einmal auf dich einstecke. Soll ich ihn nehmen? Soll ich das? Soll ich den? Soll ich ihn? Ah, da liegt auch noch die Wege. Okay, da oben steht der Einkaufswagen am Hügel. Mitten im Nationalpark. Ich stelle da mal einen Ring rein. Okay, das hast du schon. Oh, da kann man mal rauf gehen. Ein Buch für den Sledgehammer. Willst du es lernen oder soll ich gleich? Ich glaube, den kann ich schon. Dann ist er schon gelernt. Was haben wir da? Iron Club. Ich hätte einen Cooking-Bot gefunden. Ja, wir haben schon die Hügel zerlegt. Okay. So, ich gehe rüber. Natürlich, das auch. Ich brauche dringend zu helfen. Ich komme gleich. Ah, da ist ein Medizinfrank. Das ist ein Medizinfrank. Das ist auch nicht. Okay, du bist schon unterwegs? Ja. Ich mag nicht durchs Grün laufen, weil ich meine... Ja, genau. Da vorne ist eben ein Griecher. Und ich mit meiner Begabung steige sich immer am Kopf. Okay. 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 So, da ist auch noch mehr ein bisschen ziehen. Blei ist ja da. Zinn ist ja in Vortausgriff. Ja, man kommt langsam durcheinander. So, ich hoffe, dass sich kein Hund erwischt. Aber für heute diesen Tag sollte es ja erledigt sein. Na ja, wir können schon noch in der Gegend sein. Aber die ist wahrscheinlich geringer, nachdem wir jetzt schon so viel eliminiert haben. So. Dass auf der Seite noch welche rum sind. Ich bin am Retourweg. Ja, ich bin hinter dir. Ach so. Ich habe da noch einiges abgebaut und mitgenommen. Da waren zwei Supply-Ansammlungen. Mhm. So. 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 Wie ein kleiner fliegender Teppich, schaut das aus. Probieren wir es jetzt in der Pause, kurz einsteigen, also aussteigen, einsteigen. Komm schon, komm schon, das ist ein wesenlose Kletterer, das braucht ihr für die Reparatur immer wieder. Du machst zu? Ja, bin schon da. Gut, dann war es das mit der Doppelfolge, also wir werden sie teilen. Und ja, ich hoffe es hat euch gefallen, wenn ja, dann schaltet es wieder ein bei 7 Days to 3. Genug Hunde, Zombiehunde gibt es ja bei uns. Damit man immer wieder was sieht und bis zum nächsten Mal mit der Tiba und dem Anduin und Happy Gaming. Ciao. Ciao. Tchau. Vielen Dank.